Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ok natürlich wird noch die andere Hälfte vom Geweih, wir hätten es gedacht und wie komm ich jetzt in den Garten? Guck mal da ist ein Apfel Da 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 oh Gott was sind das denn für Äpfel, Alter Fertig hier Perfekt, now help me pee the jam, I need water and sugar for that Take one of the parts you've cleaned, you have stove to cook, then cool it and wetter Ich hab keinen Zucker Ich hab Wasser Brokkoli Mikrofon Mikrofoner A banana And squirrel, stack beetle and har A stack beetle, da ist ein Eischungen Die Eischung A butterfly A drawing pin A drawing pin A drawing pin Watermelon, Pyramid und scroll Watermelon Pyramid And Carriage, stack beetle and hair Das ist nicht der Herr Stack beetle Werte Das Ding hier Da ist der Mistkevel Da ist der Pin Und das Scroll Drollen Alles was hier nicht hingehört So, wir bekommen einen Stern Das ist schön, den hängen wir da hin Da Da bekommen wir den zweiten Flügel Wunderbar Ich würd sagen Okay, wir nehmen diesen Tupf, muss ich den jetzt da drauf stellen Ah, und den Wasser Und die Äpfel Nein, okay, wir brauchen Zucker Okay, erstmal machen wir den Engel hier fertig Das so, dann können wir den currentsON So, dann können wir den mitnehmen und den hier draufpacken Und dann bekommen wir eine Kr-Kr-Kürtis-Kugel ich dachte gerade schon okay parfüm und kompass das ist ein kompass ich muss ein einhorn es gut der ist einhorn da ist der wahl da ist der löffel brush pencil und golfball brauchen wir nicht so leopard golfball ein boxhandschuh eine schlange eine schlange brush pencil also ein pinsel eine schraube das parfüm der pinsel hier und brush pencil ein stift jetzt verwechselt mein fehler mein fehler komfort und ein ball den geben wir doch mal leichter dem f-lein ja es freut sich und ist kaputt gegangen warum hatte der affe ich frage ist auch egal bringen wir mal die spiel zum laufen warum ist da eine erdbeere drin was give me some sugar baby so okay und wir packen uns diesen heißen topf natürlich einfach ins inventar ist okay hier wenn wir jetzt dann stellen wenn wir das dann stellen hier Und Kakaopulver. Ich brauche Honig. Verdammt! Honig! I need Honey! Ich hasse Honig, aber ich brauche ihn jetzt. Ice Cream! Eine Hexe und ein Messer! Eine Hexe! Verbrennt sie! Da ist sie! Habt ihr die Hexe erkannt? Na, wenn ihr wisst, welche Hexe das war? Schreibt's in die Kommentare! Eine Krähe und eine Regenbogen! Regenbogen! Nein, keine Krähe, eine Krone. Haha, ein Ritter! Eine Flashlight! Die benutze ich eigentlich nur in DVD. Nein, eigentlich auch nicht, aber... Ist egal. Ein Coil of Rope, Pen und Ember. Ich habe jetzt schon wieder keine Ahnung, was das sein soll. Da ist ein Seil! Nein! Ach komm, hör auf damit! Äh, du Maus! Pssst! So. Ich hau nicht gleich Maus. Du bist ja selber schuld. Äh, la la la. Ember und Pen. Da ist der Pen. Ember. Prrr. Was könnte das sein? Ember, Ember. Was auch immer das ist. Ach. Ist aber egal. Honey! Wer hat's gedacht? Wieso freu ich mich wohl nicht um Schokolade zu machen? Schokolade is being cooked. Und jetzt? Nehm ich mein Löffel mit. Ah, leckerer Schokolade. Und jetzt? Wir haben hier ein Schokolade. Es darf gar nicht funktionieren. Ähm. Natürlich mach ich das. Aber es geht nicht, weil Candy und so. Ähm. Burn away! Geht nicht. Tch. Willst du einen Hasen? Komm, ich zeig dir den richtigen Hasen. Okay, hier fehlt das aber noch. Was sollte ich mit dem Hasen nochmal machen? Äh. Fight the Christmas. Ich hab jetzt noch ein Möbelbild. Äh. Ein Cat. Ein Cat. Ja. Ein Cat. Oh Gott. Ich bist so durch. Rake and Arrow. Das. Dies wird. Das hier an. Die rank. Nein. Aua. Und letter M. Nicht Pepper Ann, sondern Pencils. Doll. 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 A yellow car I heard. And a brush. Da ist das Herz. Da ist die Stürze. Äh. Drumsticks. Mit the drum. A rake. Ist eigentlich das hier. Hm. Letter M. Und star. Der is a star. Letter M. Erweite der monetären. Der Buchstabe M. Da. Und rake. Das Ding hier. Was ich eben mit der Schoffel verwechselt habe. So intelligent wie ich bin. Ein Föhn. Okay. Star mushroom and broom. Oh, ist das wieder dieses Wirbelbild? Ah. Nicht so meins. Aber. Ein bisschen weiter. Sie kriegen was hin. Äh. Tiger. Nutcracker. Clock dial. Nutcracker. Nutcracker. So. Ein Tiger. Den kleinen süßen hier. Angel. Coffee beans. Snowflake. Angel. Kaffeebohnen habe ich gerade gesehen. Kaffeebeans. Haha. Und Snowflake. Clock dial. Was soll das sein? Ich hab keine Ahnung. Dedeh. 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 One dollar. Chinesisches Licht und plummet. One dollar. Ah. Hier sind die mushrooms from. Chinesisches Licht. What? I don't know. Broom. Shine is light and plummet. Was ist plummet? Ich weiß nicht. Ach das ist eigentlich jetzt. Das ist eigentlich sehr schlecht. Okay. Das ist der Broom. Und was ist plummet? Was ist neu hier? Was hier nicht rein gehören könnte? Das Gewicht. Okay. ein magnet okay ich hätte sie lieber aufgegessen doch nicht mehr weg ja da fehlt ein Symbol war ja klar ich bewege dein Arschloch silber nach draußen verdammt nochmal was ist das denn hier hier was ist das denn hier nein nein ich kann dir nicht helfen warum sollte ich auch boah geile Tasse heißes Wasser die kippe ich mir jetzt erstmal weil ich schon immer haben was ist das denn hier okay was ist das eine eine Postkarte hä aber ich hab das schon warum geht das denn nicht ich hab das schon äh okay dann halt nicht wer nicht will der hat schon äh ich brauch etwas heavy um das das da äh hier Wasser ich muss vier Sterne reinpacken um diesen Pinsel zu bekommen okay okay um das kümmern wir uns gleich ich möchte mal kurz hier oben in die Schublade reingucken okay okay ich kann doch nicht mehr reden ah mein der hat kaputt so Apfel ein roaster und eagle äh das war der Flamingo und der H ein Schloss eine Note eine Uhr ein Schwan interessanterweise man kann im Endeffekt alles anklicken was einem vorher nicht hier so aufgefallen ist dann hat man das meiste schon dann hat man das meiste schon Kaktus und eine Peach fertig a dragon seriously kann ich nein nein natürlich nicht mhm ach warte mal äh so jetzt aber haha yay was ist das eine ein Rohr okay mein Gott und Spuck so das irgendwas ist aber direkt da hin okay äh Mimmelbild er ist ein Küken und die Eule sieht auch verdammt echt aus okay Pizza, Bow and Garlic Pizza lecker lecker Bow und Knoblauch Camera, Tennisball und C2H5 was ist das okay ich frage es gar nicht Tennisball, Kamera Balloon, Goat und Feeder eine Ziege eine Ziege da ist die Ziege Feder und eine Balloon er ist nicht rot das ist also nicht Pennywise Puzzlecube Cook Cook and Train A Puzzlecube da ist der Train der ist dies und guck ist damit wieder der Hahn gemeint nein ja ich sehe keinen ähhhhh ähhhhh lalalala die Möglichkeit ne Cook ist Koch was laber ich denn da ich bin selber total verwirrt Farben das ist Geweih okay gehen wir mal kurz runter ach das brauche ich hierfür ach du kacke das ist das ist Vielen Dank.